Auf der anderen Seite des benachbarten Höhenzuges liegt die Ruine der Burg Falkenstein. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert. Ihre exponierte Lage deuten Historiker als Drohgebärde der damaligen Tiroler Herrscher gegenüber dem feindlichen Herzogtum Bayern. Als Verwaltungssitz war sie durch ihre Position allerdings schlecht geeignet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017